So Sali, so, wir haben das schönste Wetter, wir sind zwar zu lang noch, wir haben zwar einen Bini's... Hast du noch einen? Einen ist erschossen dahin, aber es spielt keine Rolle. Aber ein bisschen im Interview vor dem Spiel. Heute haben wir zwar lang noch gegen Rappi, aber du sagst, die GC würde schon noch Sympathisant sein. Ja. Ich habe dir auch noch Interviews gemacht, aber du als GC-Vertreter heute. Langendal, GC, was würdest du da meinen? Also die, keine Ahnung. GC gewinnt. Heute gewinnt GC? Ja. Aber Mike Ritsch spielt ja nicht mehr, das weisst. Der kommt zur Rappi als Assistenztrainer. Als Assistenztrainer, das ist schon ein gutes Sommer für dich. Und du kommst zur Rappi, schaust, dann gewinnt es heute GC oder was. Ja. Und wie viele denkst du, was hat die heute gewonnen? 5-2. 5-2? Ja. Also ich habe gehört, Langendaler haben uns gesagt, die Serie wird noch gekehrt. Die bei Zufallfeld auch noch... Nein, nein, nein. Munchi ist auch... Nein, nein, nein. Was? Langendal verliebt heute. 3-2. Was hast du letztes Mal gesagt? Ja, letztes Mal hat es gelommen, haben sie verloren. Aber nicht 3-2. Ja, das stimmt. Ich sehe um die Hechten hier, ich sehe hier einen Becher. Ja, hier ist die Putti. Ich sehe hier, warte, dreimal deine Flasche. Schau da, äh... Ich bin ein halber Freiburg-Fan, aber um eine halber, weil der Drache ist durchstrichen. Wir haben einen, der schon nicht mehr steht. Der kommt noch da. Sie hat 3-3 unter der Brücke geschlafen, aber es ist gleich. Er hat noch seine letzte Bombe gesessen. Ein zweiter, der wieder eine Woche hatte. Geht schon noch deep-up. Also, wir sind jetzt bei Gehtze Langendal. Ja, 4-3 für Gehtze. Gehtze Langendal. 4-3. Oh, für Gehtze. Gut. Du hast gesagt 3-2. 3-2! Hey, bitte! Da geht es den Penner um in der Brücke, der zieht. 3-2 verlangendal. Ist gut. Ist seine Bombe nicht weiter. Aber wir schauen mal, wie das da kommt. Aber was? Das haben wir noch zusammen aus dem Paco, oder? Ah, ja. Das ist immer schön. Das ist so. Ja. Ich könnte einfach nach dem Spielsinterview machen. Da haben sie dann alle 4,3 Promille. Den Mund schiebt schon. Ja, da, siehst du noch. Zehner Rappi ist immer dabei. Ja, jeder Spiel. Zehner Rappi ist immer dabei. Obwohl heute Gehtze spielt. Aber jetzt haben wir auch hier eigentlich lange noch Rappi. Rappi kommt 5-2. Ja. Nein. Wir können 4-2. Ja, du, der ist noch 5. Trink weiter. Ah, schau jetzt. 1. 7-1. Der, der unter der Brücke schläft. 7-1. Verlang nur. Das ist schön. Ja, sicher nicht. Ja, 7-1 ist verlassen. 7-1 ist für uns. Und du noch? 5-2. 5-2. 7-1. Und der Jackie Chan. Nehmen wir nicht. Also, in dem Fall. Hauptinterview schon im GZ gegangen. Und die gewinnen heute. Wir schauen mal, wie es rauskommt. Und wir schauen dann, wie der Munschi mit ein paar schönen Kleber ausseht. Aber so bis später. Gehen wir an.